Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Preiszonen im Strombereich, die eventuell in Zukunft durchaus auch in Deutschland aufgeteilt werden könnten. Während wir heute und auch historisch ein gemeinsames Marktgebiet in ganz Deutschland haben, was über die vier Übertragungsnetzbetreiber auch gemeinsam letztendlich betrieben wird, wo es eine Angebotshöhe im Stromhandel an der Börse usw. gibt. Während das also bisher gemeinsam lief, ist es durchaus möglich, dass über die nächsten Monate entschieden wird, das aufzuteilen. Warum? Es gab eine Konsultation dazu auf EU-Ebene. Schauen wir mal rein. Wir haben hier mit Acer. Acer ist die Agency auf europäischer Ebene, die praktisch die Aufsichtsbehörde ist, so wie die Bundesnetzagentur auf deutscher Ebene. Acer ist also der Energy Regulator auf europäischer Ebene. Und Acer has decided on alternative electricity bidding zone configurations. Am 9.8., das ist jetzt noch nicht allzu lange her, wurde hier also beschlossen, dass man andere Geburtszonen-Konfigurationen, also Verläufe, Aufteilungen im Strombereich haben könnte. Dann wird das hier beschrieben. Das hat man jetzt also so gemacht. Und jetzt haben die TSOs, die Transmission System Operators, das sind die Übertragungsnetzbetreiber, also die vier Übergeordneten in Deutschland, was ja 50 Hz, Amprion, Tenet und Transnet BW sind. Die haben jetzt zwölf Monate Zeit, den Review praktisch nochmal durchzuführen und dann zu empfehlen, ob man den aktuellen Stand behalten möchte oder das Ganze jetzt ändern möchte, also diese Zonen vielleicht aufteilen möchte. So, und jetzt hier ist es alles englischsprachig. Es gibt auch durchaus deutsche Quellen, um diese Geburtszonen-Logik weiter zu verstehen. Im großen Ganzen läuft es darauf hinaus, dass das ein geografisches Gebiet ist, was ein relativ gleichbleibendes Angebot oder gleichartiges Angebot für Stromerzeugung und Handel hat. Und das deswegen aus sich selbst heraus ein ähnliches Preisgefüge auch einfach entstehen lässt. Das haben wir ganz streng genommen in Deutschland nicht, weil, also wenn man sich die Realität anschaut, weil wir natürlich im Norden, im hohen Norden, wenn der Wind weht, extrem günstigen Windstrom generieren können. Im Süden, wenn die Sonne scheint, eigentlich prinzipiell super günstigen Solarstrom auch haben können. Dazwischen gibt es aber natürlich viele fossile Kraftwerke, die anhand von Importpreisen auch natürlich extreme Schwankungen haben. Von daher könnte man das durchaus sinnvollerweise auch trennen. Und wir haben durchaus Länder, in denen es getrennte Preiszonen gibt. Da gucken wir dann am Ende mal rein, wo man sehen kann, dass es tatsächlich auch extreme Unterschiede gibt. Gerade in den Ländern, die Import-Export sehr stark auch durchführen können oder die Länder, die halt so für sich einfach aus regionalen Gründen eine ganz tolle eigene Produktion haben. Das sehen wir dann aber. Also es könnte natürlich auch Sinn machen, das zu trennen. Konsequenz wäre nur halt, dass man dann, je nachdem, wo man den Strom dann einkauft, und komplett unterschiedliche, also geografisch einkauft, komplett unterschiedliche Preisgefüge hat. Und dass dann vielleicht in Norddeutschland Strom viel günstiger ist als in Süddeutschland. Und im Osten und im Westen und so weiter. Je nachdem, wie man es aufteilt. Das Ganze ist dann auch schon beschrieben. What are the benefits, das hier zu ändern? Der Handel über Zonen hinweg könnte durchaus interessanter werden. Auf Grundlage dieser unterschiedlichen Preisgefüge könnten effizientere Investmentanreize praktisch geschaffen werden oder deutlich, sagen wir mal, realitätsnäher die Anreize sein. Und dementsprechend ist es hier und da natürlich auch notwendiger oder weniger notwendig, auch andere Technologien einzuführen. Und die sind dann entsprechend vor Ort auch vielleicht eher wertgeschätzt oder an der Realität nahe dran. Und deswegen ist das alles vielleicht wirtschaftlicher und effizienter. Könnte sein. Es gibt dazu also jede Menge Unterlagen. Werden wir gerade noch bei Acer waren, können wir auch noch mal gerade zu Enzoe schauen. Enzoe ist praktisch der Netzbetreiberverband auf europäischer Ebene für E-Electricity. Enzoe wäre das gleiche für Gas. Die haben schon im April Workshops veranstaltet oder ein Webinar, besser gesagt, dazu veranstaltet, dass es eben diese Diskussion gibt. Und hier sind eben auch die Slides und auch ein Recording verlinkt. Das ist also schon mal so als Grundlagen, um in das Thema reinzukommen, ist das ganz interessant. Die sind englischsprachig, damit muss man dann arbeiten. Aber hier ist dann auf 51 Folien im Großen und Ganzen beschrieben. Was machen wir hier? Warum machen wir das? Worauf läuft es hinaus? Und während so allgemeine Erklärungen am Anfang noch hier so kommen, geht es dann immer mehr auf Daten und Statistiken und auf die Modelle, die für die Berechnung und für die Einschätzung dann schlussendlich genutzt werden. Viele Daten, Punkte, die hier auch noch mal aufgeführt werden, auch historische Entwicklungen. Und dann schlussendlich kommt man dann zur Erkenntnis, dass es also durchaus sinnvoll sein könnte, in verschiedenen Ländern eine Aufteilung zu machen. Es geht auch nicht nur um Deutschland. Wir haben jetzt konkrete Erkenntnisse und Vorschläge für Deutschland, Frankreich, ich glaube Schweden habe ich gesehen, also für einige Länder, da gucken wir gleich nochmal rein. Also hier 50 Folien auf Englisch, die so ein bisschen grundsätzlich sehr interessant sind, gerade auch, wenn man sich überhaupt mit dem europäischen Markt, europäischen Netz auseinandersetzen möchte. Dann gibt es hier auch ein YouTube-Video, also dieser Workshop wurde aufgezeichnet, das sind zwei Stunden auf dem Kanal von N2E. Die haben deutlich weniger Abonnenten als wir auf unserem Kanal, das finde ich natürlich super. Hier kann man sich das auf zwei Stunden nochmal genauer erklären lassen, auch natürlich englischsprachig. Und dann wird es aber interessant, dass man sich hier zum Beispiel dieses Dokument von Acer nun wieder anschaut, das ist wie gesagt die Aufsichtsbehörde, wie die Bundesnetzagentur vom 8. August. Wo dann also auf 63 Seiten der Beschluss, dass wir diese anderen Zonenkonfigurationen jetzt haben, erstmal beschreibt. Das ist wie ein Gesetzestext in Deutschland, muss man sich nicht anschauen. Also ich scrolle auch deswegen hier so durch, weil das hier einfach hunderte Paragrafen sind mit Beschreibungen, was man jetzt hier eben macht. Ein bisschen greifbarer und interessanter ist dann das zweite Dokument, ihr verlinkt das ja also in der Videobeschreibung, der Anhang. Annex 1, List of Alternative Bidding Zone Configurations to be considered for the Bidding Zone Review. Ah, hier sind jetzt die alternativen Konfigurationen zu sehen. Und das ist dann jetzt wirklich das Interessante. Wir haben hier zum Beispiel, das ist entsprechend Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande, Schweden, die hier betroffen sind. Wir sind auch hier Central European und Nordic, als die Netzgebiet, Netzzonen. Das ist ein bisschen die Frage, wir haben eigentlich ein zusammenhängendes Stromnetz, aber wir haben streng genommen ein kontinentaleuropäisches Netz und dann nochmal ein nordisches Netz und so weiter. Die sind aber natürlich auch gekoppelt. Also, wir haben nämlich dann hier Grafiken, die das zeigen. Und das ist tatsächlich jetzt der erste Vorschlag. Der erste, der so von der Behörde kam, der hier so die Grenze einmal im großen Ganzen Nord und Süd durchführt. Diese erste können wir aber ein bisschen gleich über scrollen, weil es gibt dann eine zweite, die ist nur leicht unterschiedlich. Die macht dann nämlich hier den Schwenker, das praktisch Nordrhein-Westfalen im Großen und Ganzen drin ist, um Amprion einmal komplett praktisch mit reinzunehmen. Also, wir sind hier, das ist jetzt hier rot und in der vorigen ist das hier noch alles blau. Also, diese Abgrenzung entstand ja im Großen und Ganzen auf Grundlage von Anlagen vor Ort, was die für historische Preise meinetwegen auch hervorgerufen haben und inwiefern man die sinnvoll miteinander in ein Preisgebiet, in eine Preiszone bringen könnte. Dann gab es wohl Feedback von Amprion und so, dass wir das gerne hier einmal komplett abgrenzen möchten. Und dann gäbe es die Variante mit dreien. Einmal Osten, einmal Nordwest und einmal Süd. Nicht uninteressant. Hier ist im Großen und Ganzen, ich sage mal, 50 Hertz als eine Preiszone dann zu sehen. Wir haben in Mecklenburg natürlich Windenergie ganz guter Natur. In Brandenburg ist auch relativ viel Fläche, wo Wind kommen könnte. Und ja, ansonsten haben wir hier mit Mitteldeutschland so Länder, in denen theoretisch auch relativ viel da laufen kann, aber wo wir auch viele Proteste haben gegen Wind. Nordwest ist natürlich dann eigentlich super interessant, weil hier extrem viel Nordseewind natürlich auch noch ankommt. Und historisch, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen ja nicht wenige Kohlekraftwerke lagen und noch liegen. Das ist nicht uninteressant, was das für eine Wirkung hat. Und dann der Süden, der ja eigentlich sehr, sehr viel Industrieverbrauch auch hat. Und ja, also auch Rheinland-Pfalz und Hessen und dann natürlich die beiden südlichsten. Das hat natürlich eine extreme Nachfrageseite. Dann gibt es noch die vierte Variante mit vier aufgeteilten Preiszonen, wo im Großen und Ganzen dann nochmal der eigentliche Süden, Bavü und Bayern zusammengehören, der Osten, der ja, der Nordwesten, der wirklich sehr, sehr viel Nordsee-Einfluss hat und dann der Westwesten dann natürlich sehr, sehr viel Vertragung hat nach Niederlande, Belgien, prinzipiell auch Frankreich. Also da haben wir auch ganz unterschiedliche Effekte auf natürlich potenziell das Angebot und Nachfrage, weil der Handel natürlich mit Außen extreme Wirkungen hat. Nordseewind hat eine extreme Wirkung. Hier oben ist auch dann eine Übergabe nach Dänemark. Hier drüben sind Übergaben nach Polen und Tschechien. Und unten ist der extreme industrielle Verbrauch. Also nicht uninteressant. Das Weitere, hier in Frankreich auf drei Zonen aufgeteilt. Dann haben wir Italien oben eine Trennung. In den Niederlanden genau in auch, ist das dasselbe Blau? Doch, das sollte dasselbe Blau sein. In zwei Bereiche und dann hier natürlich auch noch mal Schweden in mehrere. Warum Schweden jetzt nicht interessant ist, ist es das Letzte? Achso, wir haben auch mehrere Varianten für Schweden. Da haben wir im Detail, ja genau, hier in diesem Bereich haben wir da Unterschiede. Und dann noch mal andere Szenarien mit Schweden. Und anscheinend gab es wirklich Feedback von den Betreibern, um hier Ambryon praktisch einmal komplett mit reinzunehmen. Und deswegen ist hier die Definition in der dritten Variante und dann hier in der vierten Variante geändert worden. Na gut, Grafiken nicht uninteressant. Eigentlicher Inhalt auf diesen 63 Seiten, ist aber mehr so rechtssicher Text. Und hier ein bisschen Visualisierung, wo diese Zonen lang gehen könnten. Was ist so ein bisschen der Hintergrund? Wir gehen hier mal auf die EPEX Spot. Also das ist der Kurzfristhandel. Da ist immer Daten. Trading Date, also Handelstag 17. August. Lieferung entsprechend 18. August, weil es Day Ahead ist. Also der Vortagshandel, der Handel für morgen immer. Und das habe ich hier mal beispielhaft 15 bis 16 Uhr als Stundenprodukt praktisch genommen. Und dann sehen wir hier in Europa durchaus fundamentale Unterschiede in der Bepreisung. Hier Großbritannien 394, Frankreich 535, Deutschland sogar ein bisschen höher. Aktuell haben wir wegen Gaspreisen auch extreme Spitzen, wegen den Gaskraftwerken. Polen viel weniger. So und dann ist es aber interessant hier oben. Schweden und Norwegen 528, 526 an den Übergabestellen praktisch für den kontinentaleuropäischen Handel. Dann ein deutziger Schwenk nach unten. 359, 325. Deutziger Schwenk 85, 90. Deutziger Schwenk 72, 1,45 Euro. Atlantik, also eigentlich gut Nordsee, Atlantik kann man ein bisschen streiten. Hier kommt natürlich extremer Wind an und natürlich auch schlussendlich Wasserkraftpotenzial und Co. Aber hier oben 1,45 Euro. Das ist ja wohl unfassbar. Das sind Preise, die wir in Deutschland teilweise auch hatten, wenn wir extrem gute Erneuerbach-Tage hatten. Also kam ja auch wirklich in eine fantastische Preisregion. Das ist aktuell in der gesamten Ukraine-Krise natürlich absolut nicht zu sehen. Also es gibt durchaus Aufteilung. Hier sehen wir das in verschiedenen Ländern, verschiedene Aufteilungen. Hier Gesamtpreise für das gesamte Land. Das macht es ein bisschen unflexiver, weil egal wo ich in Deutschland jetzt handele, ich habe einen Leitindexpreis für ganz Deutschland. Wenn wir die Aufteilung ändern, gehen wir jetzt mal auf die vierte Variante. So, De3 und hier haben wir De4. Wenn wir das jetzt aufteilen, könnten wir hier unten vor allem eine hohe Nachfrage haben, deswegen theoretisch höhere Preise. Wenn mittags die Sonne gut läuft, ist hier aber sehr viel Einstrahlungskraft, dann kann das sich wieder ein bisschen wandeln. Im Osten, gut, plus hier oben ein bisschen Schleswig-Holstein, haben wir natürlich trotzdem viel Windkraft. Das kann also theoretisch auch gut sein. Die blaue Seite hat sehr, sehr viel Windkraft. Hier und da auch viel Verbrauch, keine Frage, ist auch Industrialisierung, aber eigentlich sehr, sehr viel Windkraft. Wenn also nicht eine absolute Windflaute kommt, sieht das sehr gut aus. Und der absolute Westen, der ist natürlich sehr stark geprägt von Import-Export in die Nachbarländer. Das kann also viele Schwankungen bedeuten. Aus dieser kurzen Erklärung heraus haben wir also hier potenziell deutliche Preisunterschiede. Ganz, ganz deutlicher, je nachdem, was wann wie wo aussieht. Und das könnte durchaus handelstechnisch äußerst interessant sein, um eben auch gezielt die Bereiche, die sich wirtschaftlich gut aufgestellt haben, weiter zu fördern. Und die nicht so gut aufgestellten, nicht so nachhaltig aufgestellten Bereiche anzureizen, jetzt zu investieren. Wir haben immer so ein bisschen den Hintergrund, wenn wir von der Energiewende ausgehen, steht erstmal genügend so lauen Windkraft. Brauchen die keine einzukaufenden Brennstoffe, keine dauerhaft zu bezahlten Personalstellen, die vor Ort was machen, keine dauerhafte Lieferinfrastruktur und so weiter. Die brauchen nur den natürlichen Rohstoff, der natürlich da sein müsste. Wenn man überproduziert und es wegspeichert, ist das also prinzipiell die günstigste Variante, die wir uns nur vorstellen können. Wir müssen einmal viel investieren, aber der Betrieb an sich, die Erzeugung an sich ist dann sehr günstig. Und wir haben natürlich heute vollkommen unterschiedliche Ausbauraten. Windkraft in Bayern vernachlässigbar, da ist nichts gemacht worden. Im Norden riesig. Zwischendurch teilweise auch sehr gut. Sonnenenergie, weit verbreitet, wird es vielleicht noch deutlich mehr über die nächsten Jahre mit dem neuen EEG. Also viele Anreize, um hier was zu machen. Na ja, schaut euch das also ruhig mal an und macht euch mal ein Bild dazu. Es gibt jetzt also hier diese Beschlüsse und über das nächste Jahr werden wir von unseren ÜNBs wahrscheinlich hören, wie die dazu stehen, das gemeinsame Marktgebiet für Strom in Deutschland aufzuteilen. Nicht uninteressant. Okay, habt ihr Fragen, Anmerkungen oder ähnliches dazu, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Habt ihr eine Meinung dazu, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für der Niki-Branche. Mein Name ist Carsten Eckert.